Gunfight. Pistole gegen Shotgun. Okay. Deine Entscheidung, Mate. Deine Entscheidung. Komm, Action, Action. Nicht warten. So, let's go. Weiter geht's. Verdammt. Ich werd gepushert ohne Scope da. Er hat Shotgun. Er ist so schlecht. Er ist so schlecht. Nice. Hier ist noch einer. Er hat zwei Shotguns gehabt und er hat's nicht geschafft mich zu töten. Noch einer. Nein. Er ist so schlecht. Hol' ich, hol' ich. Eine Millisekunde. Oh mein Gott, hast du gesehen? Nein, Digga. Ich bin ja auch vor dem schon raus. Ach so, Digga. Ich hab ihm den 200er Hit seines Lebens gegeben. Nice. Sein Kopf ist so explodiert, Alter. Ich spiel mal kurz weiter, okay? Mach das, ja. 200 Shield. 20 Killgame, vielleicht, wie ich ja in jeder Runde geil am Anfang sage. Noch ein Schlörfi, Digga. Jetzt geht's aber los. Noll. Noch ein 50er. Jetzt geht's richtig los. Oh mein Gott, hab ich ihn gefickt. Haha. Oh, ey. Welches Spiel remastered. Oh mein Gott, Massi. Ich rabe dich so hart, Digga. Komisch, genau, wenn ich raus bin. Hör mal auf, Digga. Ich hab Videobeweis, Digga. Ich hab aber morgen wieder so lügen, Digga. Ich hab 30 Kill, ich hab 30 Kill. Ja, genau. Jetzt hab' ich noch nen Granatwerk, weiß nicht. Die Frage, was darf ich zurück, Alter. Einzige, was mir jetzt noch wirklich fehlt, ist dieses Real Quick Bauen. Also schneller sein in dem Sinne von, ähm, ja, so wenn du den so intensen Gunfighter bist. Oh mein Gott, ich hab sieben Kills, Digga. Ich bin so gut. Den schönsten Double Kill der Welt gemacht. Anders, Digga, anders. Ne Spaß. Richtig Ego bekommen grad beim Spielen. Ich hasse es immer so, der Gepushte zu sein. Ich will immer so pushen. Der Gepushte ist schwul. Nur der Gepushte ist schwul. Ist eigentlich ne gute, gutes Lebensmacht oder so. Ich hab so nen heftigen Loot, ne. Du glaubst den Loot? Ehrlich nicht. Ich liebe es, wenn ich die Gunfighter höre und mich da einmische. Neun Kills. Wieder Double Kill. Ich mach nur Double Kills. Und die Scar ist auch am Start. Ist geil, gell? Solo gegen Duo. Übelst. Sie leben noch 40 und ich hab schon neun Kills, ne? Okay. Das kann echt das Gameplay werden. Gib ihm. Wenn ich jetzt von hinten sterbe, Leute. Ich raste aus, wirklich. Oh Gott, ich esse halt auf mich. Nevermind. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Nein. Bist du down? Du aber anscheinend. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Nein. Jetzt klar. Unter dir, Marcel, da kommt der jetzt. Ja, warte, warte, den hol ich. Hab ihm 80 gegeben. Schuss bekommen von irgendwo. Noch einer ist da oben, glaub ich. Oder ist das eine von euch? Er ist ein ganzes Quad insgesamt. Warte, Marcel. In mir. Hab ihn. Aim-X-Snipe. Ist er sofort? Ist er sofort? Nein, 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 nein. Hier ist noch einer drin, hier ist noch einer drin. Hab ihm 90 gegeben. Hab ihn, hab ihn. Ey, ich hab ihn noch medikiert für dich, Marcel. Mich? Okay, perfekt. Okay, die haben Falle. Pass auf, pass auf. Oh mein Gott. Komm raus, komm raus, komm raus. Werden jetzt aber pushen, gell? Er ist da, ich hab ihn gesehen. Ist er eine Falle? Hat einer eine Falle? Ich gib ihm 26. 26. Ich glaub ich hab 3 HP. Er ist so weak. Komm jetzt hier bei mir. Hab ihn, hab ihn. Ist noch eine Falle, noch eine Falle, noch eine Falle, noch eine Falle. Ist eine gute Anfrage, Jungs. Hast du Shotgun fallen lassen? Ja, komm her, komm her. Ist weg, hier oben. Ah, hier, hier bei mir sind Gegner, jetzt kommt mal her. Ähm, bei der Tankstelle. Die bauen hier rum. Ja, ich seh die. Warte, warte. Ich geh ganz oben hin. Ja. Weiß nicht wo seine Mades sind, aber... Ich bin der mit einer Raketen. Ich bin bei dir, Masi. Komm, lass zusammen pushen. Lass zusammen pushen. Liegt hier, warte, ich finish den mal einfach. Die ist noch nicht mal gelootet, what the fuck. Das hat Marcel natürlich nicht, nein. Ey, mir wird Masi oben immer noch tot angezeigt, ne? Ich wollt grad sagen, weil wie steht auch, dass ich tot bin. Digga, mach mir richtig Sorgen um Masi, Digga. Hä? Er wird so tot angezeigt. Weil du einmal genockt hast, glaube ich. Das ist so bugt irgendwie neuerdings. Huuu! Der hat mir einen Riegelschuss gegeben, hä? Was war das? Von wo denn, von wo denn? Digga, weiß ich nicht. Das war sein scheiß C4, glaube ich. Digga, wenn er das da von der Halbschule passiert hat, das ist wahrscheinlich der beste C4 kill, der da bis jetzt gemacht wurde. Jetzt brauche ich Medi und Mini. Wir sind auch so gut in der Zone, hä? Wir sind auch so gut in der Zone, hä? Oh, er snipe auf mich. Gibt er mich. Wo? Wo war der? Ich hab keine Sniperer. Main, 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 Main. Aber beim Flügel, pass auf, der ist gut. Digga, ich weiß auch, dass der Flügel hat. Ja, ich sag, ich call's noch auf. Okay, let's go, Masi, komm. Er ist hier drin. Ich fick seine Mutter hin. Ich weiß aber nicht auf welcher Etage er ist. Er ist hier in der Ecke, hier in der Ecke. Digga, was war das? Habt ihr die? Ich hab ihn nicht einmal getroffen. Ich hab ihn auch erst mal ganz am Ende, Digga. Habt ihr die gedrofft oder was? Ja, aber das war der nicht, Digga, eigentlich. Digga, so lustig. Hier sind noch Raketen, Vasili. Ich hab dabei mein halbes Leben verloren, Masi. Ja. Warte, 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 warte. Nein, ich hätt ihn jetzt gekriegt. Ich hätt ihn jetzt gesniped bei dem roten Häuschen. Ich hätt ihn jetzt genau gesniped. SW 235. Da bauen welche Richtung N auch. 345. Ihr habt ihn, oder? Ja, nice. Da steht auch jemand. Da sind zwei, da sind drei. Da sind alle. Go. Alle sind auf dem Hügel da, alle. Bei außen, warte, einen kann ich snipen. Schau mal, wo ich bin, Masi. Lächerlich. Lächerlich, warte. Ja, da geradeaus. Ganz oben auf der Nose. Wenn jemand noch einen kleinen Drinks braucht, die sind hier drin, ne, Masi. Warte. Ja. Danke, Bro. Und zwei Stücke mal. Egal. Nice. Fack mich ab, ich find die nicht. Ich bin gar nicht auf dem Hügel. Da sind viele, alle auf einmal. Hier, hier, oder? Ich sehe nicht genau, wo du hinkommst. Ich sehe nicht. Warte, den anderen kann ich snipen, warte. Warte, ich schmeiß die runter, das ist gut. Ja. Was? Ich hab ihn... Oh mein Gott, Digga. Zwei sind bei mir, neben Wacksteinhaus, neben Wacksteinhaus. Drei, 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 drei. Das ist scheiße. Oh mein Gott, let's go, Digga. Schreibst du die? Ja. Ja. Einer bohrt sich auf L drauf, Marcel, ich seh'n. Ja, warte, die... Die wollen den... Die wollen den Loot Drop, Dinger. Siehst du sie, was die next? Ein auf L hab ich. Nice. Warte, ich komm zu dir. Also, Digga, Leute, ich brauch so eure Hilfe. Ich, 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 ich kann den Import Team meines Lebens machen. Nimm mir noch einen Medipack, dann bin ich da. Oh mein Gott, Digga, was mach ich grad? Nex, hol ihn dir. Oh mein Gott! Gibt noch welche von denen, Marcel? Einer könnte noch leben von denen, ja. Einer noch bei L, einer noch bei L, bitte hilf mir, bitte hilf mir. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Der will, der versucht mich zu snipen. Wo ist er denn? Wo im L? Die mir genau einen Callout. Genau in dem L Tower, wo oben immer die Kiste ist. Er versucht mich kaputt zu schießen, warte. Ah ja, ich seh'n. Hab ihn fast gesniped, Digga. Okay, warte, ich hole den Peak nicht mehr, peak nicht mehr. Auf einen. Hat den anderen gesniped, oh mein Gott, Digga. Jungs, könnt ihr kommen? Weil ich liege hier. Bitte komm zu uns, bitte komm zu uns. Ja, Digga, ich hab gar keine Ressourcen mehr, Digga. Das ist richtig belastend. Boah, die Glanz war anders. Ja, da siehst du Marcel, das ist ein Standardskin. Ja, Digga, die sind ja auch schlecht. Ich hab jetzt mein ganzes Leben riskiert. Naja, die haben sich geheilt. Ja, ich hab jetzt mein ganzes Leben, ich bin jetzt runtergesprungen. Und die heilen jetzt den dritten gerade. Ja, toll. Weil kein anderer kommt. Aber die sind alle low, die sind alle low, die kann man alle ficken. Einen hab ich, wieder. Während mir jetzt den Gegend kommt. Er will unbedingt mich mit dem Raketenwerfer. Die Zone kommt eh, ich bin eh komplett gefickt. Das war's dann wieder komplett, wenn du Marcel. Mann, das war ne geile Runde, wir haben uns viel zu gesplittet, man. Er hat auch keine. Er hat aber einen Skull. Okay, nevermind. Ich verpiss mich nicht. Ich verpiss mich nicht. Nee, noch nicht, Digga. Marcel nicht, aber... Ja, ich bin eh. Ich hab sieben Kills. Acht Leben noch. In sieben hast du so sechs gesnipet. Digga, ich hab eine richtig gute Runde ist das von mir. Für meine Verhältnisse. Mann, das ist doch behindert, Mann! Okay, Leute. Nach diesem kleinen Ausraster muss ich kurz nachkommentieren, weil ich hab am Anfang dieser Runde hier die Aufnahme gestoppt. Aber am Ende wird's noch ziemlich wichtig. Deswegen auf jeden Fall gebt euch diese Runde hier. Ist ganz cool geworden, würde ich sagen. Ja, ich wollte euch eine kleine Krankheit von mir mal berichten hier an der Stelle. Und zwar, ich bin so übel Tilted Towers krank, Leute. Ich weiß nicht, warum. Ich könnte auch... Zum Beispiel im Stream werd ich auch gefragt, Marcel, warum gehst du nicht mehr woanders runter? Das Ding ist, Leute, ich will irgendwie... Ich weiß nicht, warum es mein Anspruch ist, aber ich will demnächst einen richtig High-Kill-Gameplay hochladen. Ihr seht schon, hier war ein paar gute Grundlagen dabei. Zum Beispiel, es haben noch 40 gelebt und ich hatte schon neun Kills. Hätte richtig was drin sein können. Aber, ähm, naja, Leute. Auf jeden Fall werd ich die nächsten Monate und Wochen wahrscheinlich noch in Tilted Towers runtergehen, bis ich dann irgendwann das Ganze mal etwas entspannter angehen lasse. Also Tryhard Scorpion ist wieder komplett aktiviert. Übrigens mein Kollege Fabian grad bei mir. Und, äh, guckt euch mal was hier grad passiert. Alter, was ist das? Was haben die sich hier für ne Base gebaut in, äh, in Salty? Ja, mein Kollege Fabian ist grad hier. Wir machen so ne Art LAN-Party in Fortnite. Guckt auf jeden Fall mal, äh, hier in diesen kleinen Ausschnitt rein. Den wende ich jetzt hier ohne Ton ein. Das ist aus meiner Insta-Story, wenn ihr mir noch nicht bei Instagram folgt, wie ihr wisst es, Leute. Marcel ist der Nutzernamen. Und guckt mal an, der, der strolcht da hinten. Der wollte sich da schnell einbauen. Aber, äh, oh, gerade steht so das heutige Datum oben rechts. 17, 3, 17 Leben noch, 3 Kills. Und jetzt passt mal auf, Marcel das alte Schlitzohr. Baust dich hier erstmal komplett die Fehlkonstruktion. Merkt es dann aber. Und jetzt, zack, wird er sich hochbauen. Der gibt da schöne One-Shot, kriegt der Typ jetzt hier. Und, hallo, wie geht's dir? So, weiter geht's. Jetzt war hier nochmal ein schöner Kill, der war auch wichtig, weil der hat uns geflankt, der Gegner. Und jetzt ist eigentlich ziemlich Selbstläufer. Ich glaub, der nächste kassiert einen Turn-On seines Lebens. Ich glaub, jetzt gleich wird einer einen Turn-On kassieren. Na, erstmal bin ich mir noch nicht sicher. Da hinten schieße ich jetzt erstmal hin. Auf jeden Fall geht das Ganze jetzt hier gleich wieder in die Live-Aufnahmen. Ich hab die Aufnahmen dann später wieder gestartet. Also jetzt in ein paar Sekunden geht's los. Jetzt geht noch der Turn-On. Und, ja, Leute, viel Spaß bei der weiteren Live-Aufnahme. Lasst ein Video gern ein Like dafür, da würde ich mich drüber freuen, Leute. Der Typ hat einen absoluten Turn-On kassiert. Und steht natürlich jetzt hier noch ganz easy gefinisht. Und, ja, Leute, jetzt geht die Live-Spur weiter. Vor mir, die sind zwei vor mir. Sag nicht immer vor mir, sag mir Richtung. 75, ja. 75, ja. Okay, okay. Angehitted. Was heißt voll? Ach, da hinten, da hinten. Okay, okay. Sind die alle? Ich pushe die jetzt. Ich pushe auch schon lange, Marcel. Einer ist absolut. Der ist hier im Haus vor uns. Der ist hier im Haus. Hier sind noch Minis. Wo ist der Typ? Jo, hier unten. Ab ihn. Sauber, Sauber, Sauber. Der hat so den Reaction-Time von mir gedrückt bekommen. Ich habe mir so die Scar genommen. Wo sind die Minis? Ich habe eh eine Scar. Ich brauche wieder Minis. Ja, hier, warte. Die lagen auch noch mal welche. Wer hat die mitgenommen? Ich habe die alles mitgenommen. Ich bin jetzt der Gegner. Okay, Jungs, jetzt ist das Finale. Noch zwei Gegner. Hier ist noch ein Medi-Pack für Vasili. Habe ich schon? Ich droppe, also ich brauche gerade eins. Noch drei Gegner, meine ich. Sorry. Drei Gegner noch, ja. Ich habe ein Full-Team. Die bauen noch heute die Base. Die bauen die Base. Guckt hier, SS, genau, SS. Genau, SS. Nazi-Confirm, würde ich sagen. Ganz genau. So, da vorne, ja. Warte ich. Ich schieß drauf, ich schieß drauf. Aber denkt dran, es müssen nicht die Letzten sein. Es könnten auch welche von der Seite kommen und so. Einer ist runtergesprungen. Stunny-Skin. Ich werde von der anderen Seite beschossen. Von woanders werde ich beschossen. Hast du die Richtung so? Äh, SW, SW. Da oben ist auf jeden Fall noch einer. Er soll rausgucken, er soll rausgucken. Warte. Guckt bitte raus, du kleiner Wegster. Rechts auf dem Dach, rechts auf dem Dach. Ja, genau, ich weiß. Auf den, auf den snipe ich. Er ist absolut. Ist er absolut? Ja, er ist so weak, Digga. Er baut sich zu. Er springt runter. Egal, da war es das komplett mit ihm. Er muss jetzt raus. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Er ist nur niedergestreckt. Das heißt, dein Kollege ist da auch. Das ist der Rest vom Fest, Basilic. Ja, bei mir ist er. Komm, Snacky. Aber lass den mal richtig jetzt. Finish den mal. Let's go. Okay, er hat noch Chak-Chak auf jeden Fall. Hier ist einer mit dir Snacks, ein Gegner. Ja. Hab ihn, hab ihn. Ja. Easy XP, Leute. GG's. Bra. Bra.